Green Tech Awards und Kyocera präsentieren den Kyocera Umweltpreis 2015. 25.000 Euro für Ihre grüne Büroidee. Ich kann sagen, ich reise sehr viel weniger inzwischen für interne Termine. Ich nutze viel stärker die Möglichkeiten von Video- und Online-Konferenzen. Also im Büroalltag gibt es natürlich auch Green Tech, in dem wir natürlich ein umweltverträgliches Beschaffungswesen haben. Wir fangen also beim Kugelschreiber an bis zu dem Papier, zu den Autos, die wir fahren. Also wir versuchen in allen Bereichen des Unternehmens auch umweltverträglich zu wirken. Also wir selber haben die Agentur für Elektromobilität bei uns im Unternehmen, beziehen selber grünen Strom und sorgen dafür, dass wir das Carsharing-Angebot, was ja in Berlin hervorragend ist, wirklich zu nutzen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Management-Thema und zwar ein Top-Management-Thema. Und wir sind alle im Unternehmen angehalten, hier unseren Beitrag zu leisten. Und wie grün ist Ihr Büro? Bewerben Sie sich jetzt für den Kyocera Umweltpreis Green Office. 25.000 Euro für Ihr Konzept. 25.000 Euro für Ihr Green Office. Alle Infos unter www.kyocera-umweltpreis.de 4.000 Euro für Ihr Konzept. Vielen Dank.